Weiter geht's mit Despawn City. Wer wissen möchte, was das für ein Projekt ist, der guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr eine kleine Beschreibung und auch eine kleine Playlist, wo ihr Folge 1 gucken könnt und da erkläre ich dann nochmal ganz genau alles. Wir machen heute nochmal beim Flughafen weiter, beziehungsweise nicht unbedingt beim Flughafen an sich, weil der ist schon ein bisschen gewachsen und wir machen, dass der ein bisschen attraktiver wird. Weil das Ding ist, um die nächste Stufe zu erreichen, müssen wir den Attraktivitätswert hoch machen und da fehlen noch 110 Punkte. Vorher gerade, wo ich gestartet habe, hatten wir 460. Vielleicht reicht das auch schon. Vielleicht kommen jetzt gleich ein paar Touristen an und dann ist gut. Dann haben wir Stufe 3, weil ich will ja nicht nur Airport DLC machen, sondern auch die Stadt an sich weiterbauen. Wo wir gerade bei der Stadt sind, wir machen jetzt hier am Airport trotzdem noch was hin, denn zum einen gibt es ja auch dieses sogenannte Busdepot, wovon ich schon jetzt zehnmal gesprochen habe, glaube ich. Und da wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da noch ein paar Busse irgendwie unterbringen könnten, weil es gibt jetzt auch richtig große Busse und die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. So, wir gehen jetzt hier nochmal auf diesen wunderschönen Hangar-Gedöns. Gehen hier so schräg. Ist kein Hangar, ne? Ist da, wo die Leute rumlaufen können. Und da dran machen wir jetzt quasi das Busdepot dran. Hier ist es. Wir hätten auch noch ein Flughafen-Hochbahn-Station. Das ist quasi eine U-Bahn, die hochgesetzt ist. Und nochmal eine Flughafen-Bushaltestelle und die bauen wir jetzt hier ein. So, Flughafen-Bushaltestelle machen wir so. Und dann können die hier reinfahren, hinten wieder rausfahren. Rein theoretisch können wir die Straße auch entfernen. Und wir machen die Straße dann hier vor. Ich glaube, das ist sogar cooler. Das heißt, es wäre der Flughafen kaputt, ne? Wie letztes Mal. Mann, war das schlimm. So, wenn wir jetzt hergehen und benutzen Move-It. Gehen hier dran, drücken Alt. Können wir nur die Straße markieren und können die Straße entfernen. Das geht halt nur mit dieser Modifikation. Also es gibt auch eine andere Modifikation, die das können. Aber wer das auch machen möchte, braucht hier quasi eine Modifikation. So, jetzt haben wir eine breite Allee mit Bürgersteig. Ich glaube, so ist es einfacher, als wenn wir jetzt drei Nodes haben, die wir bewegen müssen. So, ich hoffe, das klappt jetzt alles. Und dann können wir das Ganze jetzt verbinden, hoffentlich. So. So. Ah, guck mal, dann können wir jetzt aber hier so straight durch. Oh, schade, dass das nicht so gut geht, ne? Ah, ärgerlich. Aber so bis hierhin geht schon mal. Dann machen wir das weg und machen hier die andere Bushaltestelle hin. So, fertig. So, wir haben jetzt ein großes Busterminal. Ich hoffe, das funktioniert. Also es meckert auf jeden Fall nicht, dass irgendwas fehlt. Das ist schon mal gut. Gut, hiervor machen wir jetzt nochmal folgendes. Und zwar ein großes Gewerbegebiet. Da auch und hier auch. So, dass da ein paar neue Häuser entstehen, wo die Leute was einkaufen gehen können. Wobei man das am Flughafen im Normalfall nicht hat. Da sind meistens nur Hotels drumherum, damit das Flughafen oder damit der Flughafen selber verdient. Ja, das ist immer geil. Finde ich sowieso so eine Unverschämtheit. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Dass es da kein Gesetz gibt oder so. So vorne ziehen sie dir dein Trinken aus der Tasche. Und hinten sagen sie dir dann so, ja, 5 Euro die Flasche. Wo ich mir denke so, halt dein Maul. Also das ist echt schon krass. So, jetzt machen wir hier mal Busse. Wir brauchen doch noch ein Busdepot, oder? Ja, wir haben keine Buslinie. Das heißt, wir brauchen ein Busdepot. Ein Busdepot. Das fangen wir auch hier hinten einfach mal hin. Ich finde das hier voll gut. Weil das hier einfach so ein Punkt, der, ne? Dass die Leute wegfahren können. Ich meine, Busdepot, da kommen hauptsächlich immer nur Busse raus, wenn wir es aktivieren. Der Rest ist ja dann relativ... Warum parkt hier denn keiner jetzt? Ja, parkt doch da jetzt! Was war das hin? Also ich glaube, die parken da schon. Man kann die nur nicht sehen, glaube ich. Oder vielleicht haben die auch nicht da geparkt, sondern haben ihr Auto despawned. Keine Ahnung. So, jetzt können wir hier Busse machen. Eine Buslinie. Buslinie Nummer 1. Keine Ahnung, wo die hier machen. Hier vorne, oder? Und jetzt holen wir die, also normalerweise oder prinzipiell kann natürlich jetzt auch die Buslinie dazu verwendet werden, generell durch die Stadt zu fahren. Aber wir holen halt hauptsächlich Leute ab, die gerne fliegen möchten. So, andere Seite. Ach krass, guck mal, jetzt können wir auf der anderen Seite eigentlich... Das wäre aber doof, ne? Also man muss echt gucken, damit sich nichts staut. Ich habe übrigens auch eine Modifikation drauf, damit alle Busse nicht gleichzeitig losfahren. Das ist eigentlich total doof. Sondern nach und nach. Und das ist, glaube ich, gut. Hier, und jetzt? Das hat man davon, glaube ich, wenn man die Straße wegmacht, die da dran gehört. Top, Alter. Unfällig. Alter, war das jetzt blöd. Ich habe jetzt nicht hier den Startpunkt gewählt, also normalerweise geht es, sondern hier vorne. Dann konnte ich hier einmal quasi durch und dann war gut. Ich gucke jetzt aber nochmal ganz kurz, wie die Busse daher fahren. Oh Mann, die Busse sind ja nice. Achso, der fährt zu seiner ersten Haltestelle und fängt hier an. Okay, das ist chillig. Deswegen macht er den Turn da dran. Wo wir gerade bei Bussen sind... Ich gucke noch einmal ganz kurz, wie die den Flughafen-Dings da anfahren. Und dann ändern wir mal ganz kurz die Busse. Genau, hier oben hält er auch. Fährt dann weiter. Fährt wieder runter. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie der Bus da reinfährt. Und zwar genau hier. Okay, tu mir einen Gefallen. Entfernt nicht die Straße, die hier zugehört. Weil damit kann das Spiel noch nicht so viel anfangen. Aber an sich funktioniert es jetzt. So, ich zeige nochmal ganz kurz die Busse, die anderen. Ihr könnt natürlich auch hier drauf gehen. Ihr habt Gelenk, Flughafenbus, Doppeldecker, Flughafenbus, Gelenkbus, Doppeldeckerbus. Das sind jetzt auch die Sachen, die in einem anderen DLC drin sind. Minibus. Und das ist der super Gelenkbus. Jetzt achtet mal drauf. Der hat einfach... Wo ist er denn jetzt? Fahrzeuganzahl 13. Warum? Lassen wir einfach mal 4, ne? Ah, ist ja gar nicht hier. Super Gelenkbus. Da ist er. Da passen einfach mal 100 Leute rein. Ist das nicht der Wahnsinn, hör mal? Bis auf, dass ich jetzt die Strecke wieder neu machen muss. Und den könnt ihr natürlich dann auch ganz normal in der Stadt verwenden. Also nicht nur am Flughafen. Und am Flughafen würde ich echt den Flughafengelenkbus nehmen, weil dann steht vorne auch schön Airport drauf. So, vier Fahrzeuge, Doppeldecker, Doppeldecker, Flughafenbus. Und ich habe das ganze Ding nochmal versetzt. So, jetzt haben wir das dahinter. Jetzt funktioniert das auch ganz normal mit dem Ein- und Ausfahren. Aus die Straße zu entfernen wäre jetzt nicht die beste Idee. Aber zumindest funktioniert das jetzt so, wie es sein soll. So, jetzt machen wir hier nochmal ein paar Gebäude hin. Wir können theoretisch auch noch ein Flughafenhotel dahin machen. Hier würde sie sich, glaube ich, anbieten und auch lohnen. Vor allen Dingen die Attraktivität wird dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen hochgehen. Hier so ein Budget, Budget, Budget Hotel. Ein Budget Hotel. Und schon läuft alles und endlich parkt hier eine, Alter. Ich glaube, man muss nur darüber meckern. Dann machen die das. Nächstes Wohnmobil am Start. Der dreht da einfach mal nur und spawnt, ne? Der steigt da einfach nur aus. Und das gehört Emma Koch. Und ungebildeter Jugendlicher. Tourist verlässt die Stadt. Ah, okay. Nächster D-Park. Super cool. So, okay. Ähm, Parkverbot. Hier brauche ich ja nicht einlegen, weil da kann eh keiner parken bei den Bus spuren. Hier fährt der Flughafenbus. Doppeldecker Flughafenbus. Guckt euch an. AirPod Express. Richtig gut. Das klappt auch richtig gut. AirPod Express. Passen übrigens 60 Leute rein. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und fährt auch irgendwann mal weiter. Das ist besonders gut. Ach, guck mal, die anderen, die spawnen einfach nur. Oh, warte mal. Wenn wir die Haltestelle dann hernehmen. Hergehen. Hernehmen. Hernehmen. Wenn wir die Haltestelle dann nehmen. Wir nehmen diese Haltestelle. Ich kann ja jetzt mal aufhören, immer irgendwelche Gebäude in der Hand zu haben. Und ziehen die nachher hinten. Dann können die anderen Autos ganz normal hier vorne despawnen. Achtet drauf. Genau. Und die Busse verschweren nicht so viel Weg. Das ist super gut. Hier gibt es ja die Taxistände. So, jetzt haben wir da den großen Busbahnhof. Und hier die Straße, die ja hier entlang fährt mit dem Bussen einmal hin und zurück. Obwohl da hauptsächlich der Fahrradweg am Start ist, was jetzt nicht besonders schlimm ist. Aber wir können jetzt theoretisch mehr Busse bei uns einbauen. Geilo. Werden wir jetzt auch direkt mal machen. Und zwar genau hier. Und zwar zum U-Bahn-Knoten. Ohne, dass sich da auch nochmal ein paar Busse betteln. Ja, okay. Das ist vielleicht ein falscher Wort. Hier eine Haltestelle hin. Dann kann man machen, dass... Ja, eigentlich ist hier so die Hauptader, ne? Aber da hinten sind so geile Wohngebiete. Wir fahren mal in die Wohngebiete rein. Hier so. Guck. Halten dann hier. Also ich will nicht, dass die quasi irgendwo nach einer Kurve direkt stehen bleiben. Oder vor der Kurve. Das wäre halt echt nicht so cool. So. Können da alle beim Zoo aussteigen. Da auch. Und die ganzen Wohngebiete sind mit drin. Dann hier noch eine Haltestelle. Hier vorne, bevor es wieder auf die Hauptstraße geht. Und zurück. Jetzt müsste er einmal ganz kurz zu der Linie gehen. Ja, wir können jetzt einen normalen Gelenkbus nehmen. Oder einen Doppeldeckerbus aus London. Würde halt auch gehen. Aber wir nehmen einen normalen Gelenkbus. Und nehmen einfach mal fünf. Und Gelenkbus kann auch schon 70 Leute tragen. Ich glaube, der normale Bus kann so 30 tragen. Also das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Haltestelle ist jetzt hier. Und jetzt müssen wir erstmal die Busse losfahren von dem Busdepot hier hinten. Was jetzt nicht schlimm ist. Hier ist glaube ich schon der erste Bus. Kehr zum Depot zurück. Achso, weil ich... Das war der erste Bus, der rausgefahren ist. Und dann habe ich auf Gelenkbus umgeschaltet. Und dann... Ah, warte, jetzt muss ich wieder zurückfahren. Stell dir mir so richtig mies vor. Überleg mir, ihr seid Busfahrer. Ihr nehmt den Bus, den euer Supervisor euch zugeteilt hat. Und dann ruft er fünf Minuten später an und sagt, komm doch mal zurück. Das war der falsche Bus. Da denke ich mir so, danke Kollege. Nicht genügend Arbeiter. Ja, Stadtentwicklung hatten wir die letzten Folgen halt wenig, weil wir hauptsächlich den Flughafen gemacht haben. Der jetzt auch ordentlich groß geworden ist. Mit richtig vielen Müllbergen. Attraktivitätswert fehlt nur noch 70. 10.000 Passagiere schon. Aber ich frage mich, warum wir keine Einnahmen haben. Wir können Hotelrabatte machen. Lol, wenn ich Hotelrabatte mache... ...haben wir Stufe 3 erreicht. Wie geil ist das denn? Luftfahrtmuseum. Flughafen Bahnhof. Flughafen Terminal. Fluglinien Zentralgebäude. Flughafen Frachtbahnhof. Flughafen Flugzeugposition. Große Flugzeugposition. Krass. Das machen wir aber jetzt nicht und auch nicht in der nächsten Folge. Weil ich glaube, dafür müssten wir den ganzen Flughafen wieder komplett umbauen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann Fracht aktivieren, fahren erstmal die ganzen anderen Fahrzeuge hin. Aber cool, dass das geht. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir eventuell noch ein Hotelgebäude oder so haben. Aber diese eine Richtlinie können wir jetzt wieder deaktivieren, oder? Ach hier, Fluglinie. Lord, kann man da Fluglinien einstellen? Warte, einmal kurz hier. Einmal kurz, hör mal. Flughafen Terminal. Ach so, das ist für Fracht. Flughafen Bahnhof ist für den Bahnhof. Mittlere Flughafen Frachtstraße. Große Flughafen Frachtstraße. Das ist, glaube ich, hier drin dann. Dann haben wir noch den Fracht Bahnhof. Ah, da geht noch einiges. Luftfahrtmuseum und Fluglinienzentralgebäude. Beherbergt die Zentrale Ihrer städtischen Fluglinie. Platzieren Sie diese Gebäude, um Ihre eigenen städtischen Fluglinien zu gründen. Im Flughafen Geländefenster. Ach so, man kann. Lol, städtische Fluglinien. Echt jetzt? Aber ich packe das einfach mal hier hin. Das ist halt sehr laut, aber hat einen guten Effekt auf die umliegenden Gebäude, ne? Krasses Ding, Alter. Und wenn wir jetzt Flughafen... Fluglinien... Die Chip... Oh ja, nice. Hallo. Fluglinien-Ticketpreise. Endlich. Endlich können wir... Geld verdienen mit unserem Flughafen. Ah, der Attraktivitätsmodifikator. Ja, aber 60 mach ich, ne? Dann will ich mal ins Plus-Bereich kommen, Alter. Was soll ich denn machen? Despawn R. Sehr vertrauenswürdiger Name für eine Fluggesellschaft. Aber cool. Das heißt, unser Flughafen macht ab jetzt Geld. Das hat er vorher halt nicht gemacht, ne? Und dann gibt es auch das Luftfahrtmuseum. Kann man halt auch irgendwo in die Stadt setzen. Aber das finde ich schön, dass es da auch nochmal ein paar spezielle Gebäude gibt. Das ist echt geil. Der Despawn Campus. Hat der sich verändert? Ne, ne? Aber da müssen wir uns nächste Folge mal drum kümmern. Ich hoffe, unser Flughafen verliert jetzt keinen Stern. Aber ich glaube nicht. Guck mal. 9900. Geil. Nicht mehr so attraktiv. Aber ist nicht schlimm. Wir haben eine eigene Fluggesellschaft. Da ist sie sogar schon. Rollt auf die Startbahn. Ah, wir haben krass Stau, ne? Krass Stau auf den Startbahnen. Aber schön. Cool. Das heißt, wir haben jetzt die maximale Stufe bei den Flugzeugen. Ich habe euch gezeigt, was es noch für tolle Busse gibt und wie man die einbaut. Natürlich in allergrößter Professionalität. Wir können einmal gucken, was die Fahrzeuge machen. Gerade die Busse, bestimmt mega interessant. Also, das sind garantiert nicht nur Leute, die zum Flughafen wollen. Aber hier stehen 206 Leute. Das ist echt schon cool. Im Doppeldeckerbus. Ich würde sagen, da nehmen wir einen Gelenk-Flughafenbus. Da passen dann mehr Leute rein. Und wir erhöhen die Fahrzeuge auf 10. 50. Ne, warte mal. Ist das der neue? 50. Doppeldecker Flughafenbus. 60. Okay, der Doppeldecker Flughafenbus ist cooler. Und ihr seht, die fahren alle ganz gemütlich raus, weil ich eine Modifikation drauf habe, dass nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig rausfahren. Kennt ihr bestimmt, oder? Ihr macht irgendwie eine Linie ready. Und plötzlich sind an der ersten Haltestelle eine Schlange von 10 Bussen. Das verhindert die Modifikationen. Link zu den Modifikationen in der Videobeschreibung. Und hier sind einiges an Leute. Krass. Ob ich damit meiner Stadt einen Gefallen getan habe, dass wir jetzt so viele Touristen noch in der Stadt haben. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Deswegen lasst die Bewertung da und bis zum nächsten Part. Tschüss.